Manchmal sucht man gar keine Uhr, sondern ist einfach überrascht von der Gelegenheit, die sich ergibt. Nach der Schallmauer-Automatik hatte ich Blut gelegt, was die Marke Van Dach betrifft. Und habe dann im Juno von Florian diese Uhr gebraucht, beziehungsweise aus seinem Fundus kaufen können. Der Preis war unschlagbar, darum habe ich zugeschlagen, weil ich neugierig war auf die Uhr. Insbesondere auch neugierig darauf, ob ich mich mit den kleinen, dünnen Indizes und Zeigern anfreunden kann, weil es eigentlich sonst nicht mein Stil ist. Diese Uhr hat mich nicht nur nicht enttäuscht, sie hat mich wirklich begeistert. Denn zum einen trägt sie sich sehr angenehm, zum anderen fällt sie aus meinem üblichen Design-Kosmos heraus, was ich immer gut finde. Und dadurch, dass sie anders ist, trage ich sie auch bewusster und schaue auch öfter hin. Insgesamt also alles Sachen, die ich persönlich als sehr positiv bewerte. Und was mich auch sehr überrascht hat, dass die Uhr, obwohl vergleichsweise wenig Platz für Leuchtmasse auf den Zeigern und Indizes ist, weil sie einfach vergleichsweise klein und schmal sind, leuchtet die Uhr ausreichend lange die ganze Nacht. Ich kann sie wirklich die ganze Nacht lesen. Es ist kein Leuchtmonster, es ist keine Taschenlampe. Dafür habe ich andere Uhren, die das deutlich besser können. Aber es ist ausreichend, um die Funktion der Uhr sicherzustellen, nämlich die Zeit abzulesen. Das Stahlband ist okay, trägt sich gut, trägt sich angenehm, ist ausreichend flexibel, auch nach einem Jahr noch. Die Schließe geht nicht von selber auf. Manchmal gibt es ja den Punkt, dass man mit dieser Schließe, mit den zwei Drückern unbeabsichtigt sie zwischen Arm und Handgelenk einklemmt, die Schließe aufgeht, ist mir alles nicht passiert. Insofern gibt es für mich an dieser Uhr überhaupt nichts Negatives zu berichten. Sie geht genau mit wenigen Sekunden Abweichung am Tag. Ich führe da kein Buch drüber, aber nichts, was mir negativ aufgefallen wäre. Und negativ auffallen würde mir, glaube ich, alles, was sich in Richtung 10 Sekunden am Tag bewegt, wenn es im Bereich von 3, 4, 5, 6 Sekunden am Tag bleibt, fällt mir das nicht auf. Denn auch wenn ich eine Uhr eine Woche am Stück trage und es sind 6 oder 7 Sekunden, bleibt die Gesamtabweichung unter einer Minute. Und so sehr ist mein Leben nicht durchgetaktet, dass es auf die eine Minute ankäme. Ja, also das ist die Uhr aus dem Juno, beziehungsweise eine Uhr aus dem Juno 22. Eine Uhr, die definitiv bleiben wird. Zum einen, weil sie eine schöne Erinnerung ist an den Kauf beim Florian zum anderen, weil wenn ich sie verkaufen würde, ich da auch nicht sehr viel Geld für bekommen würde. Einfach, weil ich fairerweise auch nicht viel dafür bezahlt habe und sie mir auch wirklich gut gefällt und in keinster Weise auf der Liste der Uhren steht, die mich verlassen können oder sollen.